Und worauf freuen Sie sich am meisten? Aufs Ausschlafen. Wissen Sie eigentlich, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird dein Serverraum. Alles Gutes zur Pensionierung. Wow! Die Kreuzfahrt. Super! Guten Morgen. Alles. Ab jetzt machen wir 50-50 im Haushalt. Wir können doch einen Putzfrau einstellen. Jetzt, wo du mithelfen musst. Musst. Sag mal, Heinz, komm doch mit auf unsere Kreuzfahrt. Oh! Gerade noch geschafft. Auf diese Reise hätten wir uns wieder ein wenig näher kommen können. Mir ist ein bisschen schlecht. Wir sind uns doch nah. Die ganze Zeit sind wir uns nah. Peter? Du sprichst ja mehr mit Heinz als mit mir. Bleibst du noch? Ich bin erst 65. Ich bin doch nicht 90. Okay. Findest du mich nicht mehr sexy? Andere Paar schmusen und reden nach 40 Jahren sicher auch nicht mehr so viel. Was alles? Wir müssen das Schiff wenden und zwar sofort... Nein, Herr Gangny, beruhige dich. Ich werde mich nicht beruhigen! Reisen. Neue Leute kennenlernen. Ich will noch ein bisschen mehr von meinem Leben. Ich habe es noch nach deiner Pfanne zu tanzen. Ein solches Drama in meinem Alter. So ist das in der Liebe. Alt werden ist halt nix für freiglich. Du willst doch Abenteuer. So? Seit 42 Jahren auf Heirat. Das gibst du doch jetzt nicht einfach auch. Was machen wir jetzt? Und überhaupt, seid ihr Pensioniert, seid ihr irgendwie so Gagga! Jetzt reißt euch doch einfach zusammen! Bis zum nächsten Mal!